Sowohl rechtsextreme als auch linksextreme Gewalt ist zu verurteilen. Und ich muss Ihnen ja an einer Stelle recht geben. Natürlich gibt es auch linksextreme Gewalt und dagegen müssen wir was tun. Das ist richtig so. Aber ich will Ihnen mal eben die Zahlen nennen. Die Zahlen, hören Sie mal zu, die Zahlen der registrierten Straftaten. Denken Sie doch mal über Ihre Leistungen nach. Diäten über 9.500 Euro, monatliches Personalbudget von fast 22.000 Euro, Sachkontoleistungen 1.000 Euro, Bahncard erster Klasse auch privat zu nutzen. Hören Sie mir mal zu, das kann ganz sinnvoll sein. Sie können 4.300 Euro steuerfrei vereinnahmen ohne Nachweise. Wer keine Zweitwohnung in Berlin unterhält, Bitte hören Sie dem Kollegen zu. Danke. Dieses Bündnis mit Unterstützung von 14 Abgeordneten dieses Hauses arbeitet zusammen mit der interventionistischen Linke. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als linksextrem eingestuft. Und dieses interventionistische Linke steht Schulter an Schulter mit der gleichen Unterschrift, unter der gleichen Liste für dieses Bündnis. Das ist ein Skandal. Ja, das ist ein Ding, Herr Schulz. Das ist ein Ding. Wer also solche Bündnisse unterstützt und das ausdrücklich tut, der duldet die Gewalt, die im Namen dieser Gruppen bearbeitet werden, mit denen Sie uns bearbeiten. Das ist ein Skandal. Daran müssen Sie sich differenzieren. Liebe Kollegen, bitte hören Sie der Rednerin zu. Die europäische Einigung, die 1951 mit der Montanunion ihren Anfang nahm, war eine Antwort auf die schrecklichen Katastrophen des vorigen Jahrhunderts, auf Chauvinismus und nationalen Sozialismus. Den Generationen. Hören Sie einfach zu, dann können Sie vielleicht doch noch was lernen hier vorne. Seien Sie endlich still. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fretcher, schrieb kürzlich, einiges spricht dafür, dass die Finanzmärkte im Jahr 2018 eine Korrektur erfahren, die ernste wirtschaftliche Verwerfung mit sich bringen können. Die wirtschaftliche... Herr Kollege, einen kleinen Moment bitte. Auch wenn ich Verständnis dafür habe, dass Erregung im Saal herrscht, will ich doch darum, dem Redner zuzuhören. Vielmehr müssen Lehren und Lernen komplett neu gedacht werden. Wir müssen das gesamte Schulsystem und die duale Berufsbildung unter dem Aspekt des digitalen Wandels neu ausrichten. Besonders in deutschen Schlüsselbranchen. Hören Sie gut zu, dann lernen Sie was aus der Realität. Liebe Freunde, wir sehen doch alle, dass die Diskussion um deutsche Panzer nur eine Ablenkung von dem eigentlichen Skandal ist. Darf ich mich kurz unterbrechen? Ich bitte doch, diese Zwischenrufe zu unterlassen. Bei aller... Ja, das mögen Sie als Mist empfinden, aber Demokratie besteht darin, auch Meinungen entgegenzunehmen, die man gelegentlich für unerträglich hält. Ich darf Sie wirklich bitten, dem Redner, auch wenn es Ihnen schwerfallen mag, einfach zuzuhören. Nun ja, wenn Sie so einen Blödsinn machen und sich hier uniformieren, dann müssen Sie sich das schon gefallen lassen, wenn Ihnen jemand sagt, woher die Schals kommen. Sie sollten sich vielleicht zu Wort melden. Herr Kollege, bedauerlicherweise geht Ihre Redezeit jetzt wirklich mit dem letzten Satz zu Ende. Wow! Am Genderwesen soll die Welt genesen und Deutschland soll dafür bezahlen. Mit der AfD sicher nicht, meine Damen und Herren. Ja, es müssen Sie sich jetzt auch mal anhören. Mit dem Gender-Mainstreaming wurde der Geschlechterkampf in unseren Bildungseinrichtungen und Behörden staatlich verordnet auf Dauer gestellt. Für die Freien Demokraten, und ich weise darauf hin, ist es seine erste Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als Bürgermeister habe ich mich noch vor wenigen Monaten um Flüchtlinge gekümmert. Herr Kollege, ganz kleinen Moment, ganz kleinen Moment. Ich bitte die Kollegen, die jetzt sehr emotional miteinander zu tun haben, das vielleicht vor dem Plenarsaal auszutragen, möglichst ohne Tätlichkeiten. Sie haben das verstanden, nicht? Und ich bitte Sie jetzt, trotz dieser Erregung doch dem Redner zuzuhören. Etwas ganz Besonderes ist die immer wieder proklamierte CO2-Einsparung durch Elektromobilität im Verkehrssektor. Und da sollten Sie mir zuhören, da kenne ich mich besser aus als wahrscheinlich jeder hier. Und ich bin froh und dankbar darüber, dass wir heute begonnen haben, auch auf parlamentarischer Ebene genau darüber ergebnisoffen nachzudenken, wie wir den ÖPNV attraktiver kriegen. Also, was ich zur Handlung gesagt habe, ich weiß nicht, Herr Christoph, Sie mir eben nie zuhören. Diesmal wieder nicht. Verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Irgendwann müssen Sie nochmal zuhören. Ich habe doch gerade eine ganze lange Liste aufgezählt. Wieso hören Sie mir nicht zu? Sie haben nicht mal das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drinsteht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Diese Tierschutzthematik, die mich auch in meiner Zuständigkeit als Minister für den Tierschutz betrifft, ist eine... Wir haben das Deutsche Zentrum... Hören Sie doch mal zu. Hören Sie einfach mal zu. Wir haben das... Sie wollen das nicht so was machen. Weiß ich nicht, Herr Minister. Überwiegend hat der Herr Bundesminister im Moment das Wort. Ja. Mindestanforderung sei es, dass der Schwangerschaftsanspruch wortwörtlich grundsätzlich als Unrecht angesehen wird und daher grundsätzlich verboten ist. Das ist ein Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Und auch wenn Ausnahmeregelungen zugelassen werden, gerade weil wir die schwierige Lage von Frauen sind... Hören Sie zu, vielleicht verstehen Sie dann den Zusammenhang. Ich möchte... Nein, natürlich offensichtlich nicht. Bemühen Sie sich mal rein zu versetzen. Also, und selbst dann, wenn wir Ausnahmeregeln akzeptieren, was das Bundesverfassungsgericht akzeptiert hat, hat es ausgeführt, dass verpflichtet der Schutzauftrag des Staates... Unsere Pflicht ist es, auch den recht... Hören Sie zu! Auch den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens... Im allgemeinen... Im allgemeinen... Herr Präsident... Lassen Sie sich nichts stören, Frau Kollegin. Machen Sie einfach weiter. Und wir als Freie Demokraten lehnen daher jegliche Rüstungsexporte in Krisenregionen entschieden ab. Auf dem Papier... Es ist gut, wenn Sie zuhören. Das finde ich gut. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist möglicherweise wesentlich stärker gefährdet, wenn Sie mit Ihren ausländerfeindlichen Ausfällen auf Ihren Aschermittwochsveranstaltungen weiter sozusagen als da entsprechend für Unbezorgung... Das ist ein viel größeres Problem für unsere Wirtschaft. Zu der Frage, was steht eigentlich... Hören Sie doch mal einfach zu. Regen Sie nicht mal auf. Lassen Sie mich dann zum Ende noch etwas in Richtung, Herr Sitter, Ihrer SPD sagen. Äh, FDP sagen. Verzeihung. Auf den Schwarz-Weiß-Bildern, die Sie im Wahlkampf in, ich sag mal, Parship-Design aufgehängt haben, haben Sie dann von Digital First Bedenken... Ja, Sie müssen sich das schon anhören. Die Plakate haben ja Sie, die seid nicht ich. Auf dem Papier nicht so viele, wie es die islamistischen Gefährder sind, aber Ihr Gefahrenpotenzial ist trotzdem genauso hoch. Ich spreche von den rechtsextremen Gefährdern. Und es ist bemerkenswert, dass sich dieser Einwand bei Ihnen gleich wieder in Aufruhr in Ihrer Fraktion niederschlägt. Bei denen ist die Gefahr der Bilder von Terroristischen. Bleiben Sie ruhig und hören Sie es an, was ich Ihnen zu sagen habe. Wenn man so neu ist, hat man einen ganz großen Vorteil. Man sieht so mit natürlichem Verstand, was manch Stuss hier erzählt wird. Diese Aktuelle Stunde erinnert an den bekannten Loch Ness-Effekt. Ja, gerade diese Fraktion hat es immer ganz wichtig und hat es nicht gelernt, einmal zuzuhören. Ein bisschen Staat sein war nicht schlecht. Einfach mal lernen, zuzuhören. Und, meine Damen und Herren von der Opposition, statt einer emotional geführten Debatte ist eine sachliche, an Fakten orientierte Analyse notwendig. Die Ausfuhr, ich habe Ihnen schon gesagt, ein bisschen Staat sein und zuhören, schadet manchmal nicht. Aber auch Unternehmen nutzen für ihren Datenverkehr immer häufiger das Internet und die öffentliche mobile Datenübertragung. Das haben Sie uns auch nicht gesagt. Aber warum schleichen wir bei der mobilen Sprache und Datenkommunikation so hinterher? Hören Sie doch zu, reden Sie nicht so viel. Hören Sie einfach zu, dann kriegen Sie auch was mit, auch dass die AfD sich die Sachen ausschauen. Einfach zuhören, dann klappt das auch. Dann klappt es auch mit der Kommunikation. Aber ich kann Ihnen sagen, warum Sie das nicht tun. Weil Sie gar nicht wissen, was diese deutsche Kultur ausmacht. Herr Kollege Brandner, ich weiß, bei Ihnen weiß man nie, ob Sie morgens mit der Schmusedecke oder mit der Machete aufgewacht sind. Aber ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal zuzuhören und zu relaxen. Das, was Sie dort planen, ist nichts anderes als die Laufzeitverlängerung eines maroden Rentensystems. Dafür gibt es einen klaren Begriff. Das ist Konkursverschleppung. Hören Sie mir doch einfach mal zu. Oder reicht es vielleicht für eine Zwischenfrage? Können Sie auch gerne kommen. Warum ist den Anträgen dann trotzdem nicht zu folgen? Jetzt sind wir gespannt. Ja, das sage ich Ihnen gerne. Erstens, weil Sie die Gesamtzusammenhänge nicht sehen, im Nahen Osten und in Syrien insgesamt. Ja, ich will Ihnen das gerne erläutern. Sie müssen doch einfach mal sehen, was dort los ist. Nein, ab 2014. Jetzt hören Sie mir lieber mal zu, sonst bestehe ich darauf, dass die Zeit angehalten wird. Und alles andere sehen Sie, auch bei den, wissen Sie, auch bei den, wie ich Ihre Frage beantworte, können Sie mir überlassen. Ich sage Ihnen, Ihre Argumentation ist scheinheilig, weil Sie ein anderes Ziel verfolgen, als tatsächlich zu diesem, sozusagen diesen Sachverhalt mit mir zu diskutieren. Herr Kollege Heinz, Sie haben zutreffend festgestellt, Sie beantworten die Fragen immer so, wie Sie das wollen. Und auch wenn es dem Fragesteller nicht gefällt, das ist dann einfach so. So ist es. Oder Frau Weidel, zahlen Sie zwischenzeitlich Steuern in unserem Land? Und wenn nein, wissen das Ihre Wählerinnen und Wähler? Ich habe Sie gefragt, Sie können das öffentlich mal bekunden. Direkte Demo... Jetzt regen Sie sich mal ab, Sie teilen ja sonst aus, dann können Sie das jetzt auch mal ertragen, dass Sie mal etwas härter angefasst werden. Bleiben Sie gelassen und hören Sie einfach zu. zentrale Ursachen für den Anstieg weltweiter Migrationsbewegung ist die ungerechte kapitalistische Wertschutzordnung. Es ist die Neu... Ja, hören Sie sich das ruhig mal an. Kapitalismuskritik ist wirklich in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte gerne mit dieser Rede betonen, und ich denke, da haben Sie ja auch an dem Beifall aus dem gesamten Haus gesehen, dass das durchaus hier keine Meinung ist, die die Freien Demokraten teilen. Ihr Antrag... Möchten Sie meine Antwort hören? Okay. Nein, nein, nein. Dann müssen Sie keine Kirchenkonvention nicht haben. Könnten Sie bitte jetzt die Kollegin... Könnten Sie jetzt bitte der Kollegin zuhören? Das wäre nett, wenn Sie zuhören. Wir sind nämlich mitten in einem Abstimmungsverfahren. Das wäre nett, wenn Sie zuhören. Hier oben, wo es hinkommt. Ja, so machen wir das. Ja, auch gut. Gut, aufgepasst. Alles gut. Diese Regierung hat sich 220 Tage Zeit gelassen, aus dem ersten Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2018 den zweiten zu machen. 220 Tage eigentlich genug Zeit, um Schwerpunkte der neuen und alten Partner, der neuen und alten Partner, gerade im Verkehrsministerium zu setzen. Das haben Sie nicht geschafft. Arbeit ist wirklich hier von Ihnen nicht erkennbar. Herr Minister Scheuer, liest man die Kernsätze und da hören Sie doch lieber mal zu, gerade von der CSU. Was erwartet uns bei Stuttgart 21? Ein ungleich viel größeres Projekt. Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass das zentrale Gutachten... Sie können jetzt herumschreien, aber Sie können mir auch zuhören und vielleicht was lernen. Und was wir eben schon gehört haben, das war natürlich bedauerlich. Wir sollten eigentlich im Petitionsausschuss keine Parteipolitik machen, weil der Bürger rendet sich... Ja, ich weiß, das weiß ich. Hören Sie mir erst mal zu. Sie können sich in der Herrke bald aufregen, wenn ich fertig bin. Das ist viel wichtiger. Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch von der Universität Duisburg-Essen kritisiert, dass gegen den gesetzlichen Mindestlohn besonders oft in prekären Verhältnissen verstoßen wird. Etwa 1,8 Millionen Anspruchsberechtigte erhalten weniger als 8,50 Euro in der Stunde. Das ist doch eine Schande für unser Land. Ja, aber der wird ja nicht allen gezahlt. Das habe ich ja gerade vorgetragen. Zuhören, geniedige Herren. Bei Minijobbern ist der Anteil der Betroffenen, wenn er mich mit geniediger Frau anspricht, kann ich genauso antworten. Ich will Ihnen sagen, es gibt mindestens drei gute Gründe, weshalb wir eine intensivere Zusammenarbeit mit Afrika brauchen. Erstens, hören Sie einfach mal zu, Herr Friedhoff, Sie auch. Ja, genau. Erstens, erster wichtiger Grund, der menschliche Anstand. Wie haben wir das in Kassel gemacht? Bei mir im Wahlkreis haben wir auch um die 40 Windkraftanlagen. Und die haben wir gebaut. Die haben wir gebaut. Die haben wir gebaut. Kommen Sie mal zu mir, Herr Köppen, und hören Sie jetzt vor allem mal zu. Dann können Sie noch was lernen. Sie haben von Kopftuch, Sie sind jetzt mal ruhig und hören zu. Man hat sie ja erst mal wiederholen müssen, damit Sie erst mal hier wieder herkommen. Sie besitzen die unglaubliche, ich sage es jetzt mal, das unglaubliche Ding, sich hier hinzustellen und eine Rede zu halten. Und dann verschwinden Sie aus dem Plenarsaal. Und damit ich Sie ansprechen kann, muss man Sie extra holen lassen. Was sind denn das für Werte, Frau Weidel? Viertens möchte ich auch dem begegnen. Ich bin sehr dankbar im Namen der ganzen Bundesregierung, in welch großartiger Form die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sich in der Flüchtlingsarbeit, in der Zuwendung gegenüber Menschen engagiert. Auch das ist Ausdruck der Humanität in der Bundesrepublik Deutschland. So, darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten, einfach zuzuhören? Dann kommen ja noch weitere Redner und Rednerinnen. Ja, aber jetzt zeigen wir mal, wie sich so ein Bundestag benimmt. Bei mir kommt es jedenfalls verstehbar nicht an, insofern kann ich das nicht sein. Aber aus Bayern sind Sie es ja gewöhnt. Und Ihre linken Helden, Ihre linken Helden, Macron in Frankreich, Tsipras, Ihr Kumpel in Griechenland, was ist denn mit Ihnen, mit der linken Regierung in Spanien? Von denen lässt keiner diese Schiffe einlaufen. So, darf ich jetzt mal bitten. Und Horst Seehofer kritisieren Sie, das ist das Allerletzte. Darf ich mal bitten, darf ich mal bitten, Das ist eine sehr emotionale Debatte, aber ich hätte auf jeden Fall gerne so viel gehört, dass wir hier oben hören, was er am Tor sagt. Ich bitte, jetzt ihm zuzuhören. So, meine Damen und Herren, ich erläutere Ihnen das gleich mit dem Völkerrecht noch, dann können Sie das ja noch mal applizieren darauf, wie das mit Macron und allen anderen ist. Liebe Genossinnen und Genossen, Sparen Sie doch erst mal Ihre Zwischenrufe. Sie sitzen da noch nicht mal mit zehn Leuten, bringen hier einen Antrag ein. Erst mal ruhig sein, zuhören, da kommen wir gleich zu. Im sogenannten Pariser Klimaschutzabkommen haben sich die Staaten der Welt angeblich dazu verpflichtet, die globale Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Die Wahrheit ist, bei diesem Abkommen wurden die Europäer ganz einfach über den Tisch gezogen. Effektiv, effektiv hat sich nur Europa verpflichtet. Hören Sie doch einfach mal zu, vielleicht lernen Sie noch was, CO2-Emissionen zu reduzieren. Interessant, dass Kollegen hier dann Fotografien machen, während einer solchen Rede. Würden Sie bitte das Fotografieren einstellen? Also ich, es kann nicht sein, dass wir hier im Plenum die Abgeordneten rumlaufen und Fotografien machen. Und der Kollege dort oben darf auf der Presse Tribüne, darf auf der Presse Tribüne fotografieren und filmen in dem üblichen Rahmen. Es ist mir egal, wer das ist. Darauf kommt es nicht an. Zur Begründung hieß es, der Antrag sei zwar schon auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt worden, jedoch sei der Antrag noch nicht fertig und müsse erst fertiggestellt werden. Nach der Linkspartei wollen offenbar auch die Grünen, sagen Sie mal, wollen Sie da nicht eingreifen? Ich stoppe zunächst mal in die Redezeit, Herr Mayer. Und ich bitte wirklich auch um Ruhe, weil die wechselseitigen Vorwürfe, man habe zu spät, die Anträge erhalten ja immer unterschiedlich benutzt werden in der Rede. So, ich möchte einfach um Klang und Klang. Herr Mayer, wenn ich sage, Sie dürfen weitersprechen, dürfen Sie weitersprechen. Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den, ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner. Sie benehmen sich hier wie die Kindersoldaten von der Antifa. Das muss ich mal ehrlich sagen. Ich will hier einfach nur reden. Und das zeigt Ihr Demokratieverständnis in aller Deutlichkeit. Sie wollen uns gar nicht zu Wort kommen lassen, weil Sie Angst vor uns haben. Und Sie haben berechtigte Angst. Herr Kollege Thormecke, standen Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.